so denke wir sollen etwas auf dem boden halt machen muss einmal ganz kurz etwas im bod nachschauen was euch wundert ich hoffe dass wunderbaren familientag cooles spiel ja definitiv als super interessantes spiel ich hoffe ihr habt auch so viel spaß dran ich hoffe ihr seid genauso gespannt wie ich das wie es endet weil ich glaube wir sind langsam auf dem weg richtung ende so vom gefühl her würde ich sagen sind wir schon langsam auf dem weg ich finde die musik macht natürlich ein spannendes wort für atmosphäre ja atmosphärisch generell die musik macht halt super super viel aus würde ich sagen macht schon super super viel aus aber gucken wir mal wir haben greens fall und die schießt da rein icarus also was haben die fälle halt gemeinsam hallo sabi willkommen zurück zurück ich hoffe hat es eine angespannte angenehme zeit wie 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 passen die zusammen miller der mann mit dem verschlüsselten waffenhändler und inhaber von phalanx der elitären sicherheitsfirma erklärt auch warum der so viele nennt sich das warum der so viele sicherheitsmitarbeiter hatte wahrscheinlich wird das auf freund hat erwähnt und ich habe es einfach nicht so ganz mitbekommen aber es würde es zumindest erklären so sorry ich mache mal kurz meine brille sauber denke ich werde ja oder gleich einmal in die küche gehen und die halt richtig sauber machen aber eilt ja nicht so dann haben wir technikpläne zeichnung der elektrischen installation eines gebäudes jede form die diffizierung wurde entfernt dann haben wir agent dean chief steiners vertrauensperson ein profi in diskretem arbeiten dann haben wir körper gesetze jene zur herabsenkung des alters kostet freie körpernutzung zusätzlich gebühren für die körpernutzung schnell läuft bestimmt am ende was sehe ich es knistert chat hast du das wort nebenbei ausgründen john park politiker und teilhaber an der bekannten firma frühere beweise deuten darauf hin dass er greens freund war die analyse zeigt dass cover left nicht die spur also das ist was identifiziert war also das cover left nicht in den vizierbaren substanzen blut hatte das was gleich war es gab es in keinem anderen körper das muss ja dann was anderes sein als bei green ne im prinzip wenn so meine mutmaßung schal von jane salmer gehört die berühmte psychologin und beweist ihre anwesenheit in der icarus dann als schlangen symbol das symbol auf dem safe sowie die datenereignisse die kurs abspielten dann haben wir noch travis collett ein bauunternehmer mit bestickten taschentuch besitzer mehrere wolkenkratzen darunter greens wohnkomplex grüns letzter brief der politiker hat sich vor jemanden gefürchtet er konnte nicht länger mit seinem plänen warten er hat sein letzte bitte an cover left sein werkzeug zu vollenden okay interessant also wir müssen ermitteln jetzt was am green fall und die schießerei der icarus bloß gemeinsam also grundsätzlich die größte gemeinsamkeit ist ja eigentlich das schlangen symbol actually so haben wir schon die erste sache das symbol auf dem baum und dem safe schon wieder die daten eins davon frisch das andere sehr alt wie sind die verbunden das ist halt jetzt die frage wir haben jetzt wieder einen toxikologischen test wo ich sagen würde vielleicht hat das wieder damit was zu tun so natürlich genau wie green das datum des finalen todes aber warum hat cover left so einen chaos hinterlassen das ist halt jetzt die frage warum er das hinterlassen hat der politiker hat sich vor jemanden gefürchtet er konnte nicht länger mit seinem plänen warten er hatte eine letzte bitte an cover left sein werk zu vollenden ich gehe davon aus dieser brief hat dafür gesorgt dass er so ich sag mal schon ich will das wort nicht in den mund nehmen aber etwas ausgerastet ist so das heißt wir haben hier will jetzt wählen eine blöde Beweiskette, die sich halt aufbaut, ne? Ich hatte das Verdacht. Green hatte Angst vor jemandem. Sein letzter Wunsch wurde er für Kovalev. Wollte ihm aus reiner Herzensgüte helfen. Oder er war auch jemandes Ziel. Jemand wollte sie aufhalten oder zu etwas zwingen. Sie starben aufgrund eines großen Plans. Nächste Schritte. Könnte jemand gewusst haben, dass Green und Kovalev etwas planten? Es hat die Frage, ne? Wer könnte das gewusst haben? So ein bisschen. Sorry, Chad. Das ist mein Monk. Ich will das irgendwie ein bisschen anders haben. So. Es hat die Frage. Baute im bestickten Taschentuch. Travis Collette denke ich jetzt nicht so. Miller, der Mann der verschissenen Ekoid. Waffenhänden und Inhaber. Zeichnung der elektrischen Station eines Gebäudes. Jede Form der Indivision wurde entfernt. Klapp angesetzt, ja. Jemand könnte gewusst haben, dass Green Kovalev etwas planten. Aber wer hätte das wissen können? Wer hätte das wissen können? Vielleicht sie? Ich glaube, sie ist ein Randdetail, actually. Vielleicht doch eher die technischen Pläne? Nein. Just try halt, ne? Vielleicht dann doch eher... Einen Momentchen. Eine Mail von der Gamescom bekommen. Okay. Sorry, Chat. Ist halt so, äh... Bei nicht-minste-Stunden-Streams ist halt so... Manchmal muss man trotzdem kurz mal schauen, ne? Äh... Tereska-Bautennehmer steckt nur Besitzer mehr Wollkast unter Greens Wohnkomplex. Mh... Vielleicht doch was mit Miller? Ist halt so, was wir gesehen haben in der Icarus-Reconstruction. Phalanx hat wirklich ziemlich viel Repp. Auch nicht. Könnte jemand gewusst haben, dass... Ja, vielleicht doch die Körpergesetze. Aber eigentlich haben die doch nichts damit zu tun, wollte ich gerade sagen. Aber das hatten wir doch gerade, ne? Agent Dean wäre halt eine Option. Ah, vielleicht... ein Thema. John Park. Der war ja eigentlich mal ein Freund mit ihm. Ah, okay. Okay, never mind. Hm. Welchen Pläne waren es auch nicht, ne? Der Schall war es auch nicht. Vielleicht Agent Dean. Okay. Aber wonach hat er gesucht? Es ist kein Zufall, dass er hier auf dem Drink vorbeikommt. Als Coup... Als Coup, ja. Als Cop-Liebling des Chiefs wusste er von Greens Tod. Was wollte er hier? Naja, wenn er... Dann ist es halt schon... vielleicht die Körpergesetze, ne? Okay, ist er nicht die Körpergesetze. Ach so, Quatsch. Der saß doch oben mit den Plänen. Never mind. Äh... Ich erinnere mich. Er müsste theoretisch die Pläne halt sein. Sarah, can you check what building this is? How am I supposed to do that? This is just a small section. I need more to work with here. Sie müsste mehr wissen. Er macht ein Deal und eine Blauprosen für eine Station mit einem Gebäude. Wozu braucht er sie? Um welches Gebäude geht es? Äh, da wir jetzt das mit dem Gebäude hier haben... Äh... Wo hab ich den hingepackt? Haben wir hier... Nein. Nein. Politiker... Greens Frendo. Da. Da ist der Bauunternehmer. Fall gelöst. Bevor Greens tot öffentlich gemacht wurde, hat Dean versucht, die Wohnungspläne von Travis Collette zu bekommen. Was macht die Green in den Brief? Von welchen Plänen spricht er? Haben wir im Apartment etwas übersehen? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Der Chief wurde gekauft. Der Chief macht seinen Job so gut, er kann. Dean könnte für jemand anderen, ne, gearbeitet haben. Boah. Ich meine, wir haben ja schon, wir haben ja schon in unseren Selbstmitleid die Vermutung in den Raum geworfen, dass der Chief vielleicht korrupt ist, ne? Er will uns immer von dem Fall ja wegziehen. Durchgehend. Das ist halt schon sehr auffällig. Aber es kann doch sein, wenn die wirklich befreundet waren, dass, äh... Ja. Dass hier vielleicht einfach sein Freund schützen will. Fire Eagle, vielen lieben Dank für die Reesame in drei, äh, zehnten Monat. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Schön, dass es dir weiterhin gefällt. Hoffentlich geht's gut. Äh, pfff. Boah. Wir gehen, wir gehen erstmal davon aus, dass Dean für jemanden Wir können nicht sagen, dass Dean für jemanden arbeitet. Wie? Und was haben Green's planen mit dem? Wir fokussieren auf der zweiten Frage. Wir glauben, dass wir etwas bei Green's verloren haben? Alles an das. Als lange, dass jeder auf den Reut jetzt fokussiert, die Apartment muss sein. Great. Wir fokussieren, was wir haben. Diagnostics complete. Repair cost and fine 938 dollars. Ah fuck you! And don't wait for me with dinner. I'll be late. And which could be switched off at other times. And unlike other such voices without grabbing a bottle. Okay, okay, okay. Das ist einfach. Ein Act interessiert mich. Green Tower. Here we go again. Da sind wir wieder. Also sie haben auf jeden Fall hier etwas untersucht. Hm. Und Beweismittel gesichert. Ist ja die Frage, ob die was übersehen haben vielleicht, ne? Wie vergeht unsere Taschenlampe diesmal? Das ist schon mal sehr nett. So, was are we looking for? Red X. Okay. Any ideas? Will ich den Ort auf der Karte, der markiert ist? Äh, ja. Ja. Stimmt. Können wir die Karte wenigstens aufrufen? Ah, interessant. So wird da so der Körper hier dargestellt. Wenn die Leiche abgeholt wurde. War schon cool, ne? Sieht schon ganz nice aus. Muss schon sagen. Gehen wir mal eine Etage höher. Aber wisst ihr? Was ich interessant finde. Wir gehen da mal ganz kurz hinten. So über den hinteren Bereich nochmal. Oh nein. Sad. Ach doch. So, nein. Ich dachte, wir können jetzt diese Dingens lesen. Ähm. Dieser. Ah. Dieser unterschriebene Vertrag. Ich hatte grad ein bisschen Hoffnung. Hier können wir die Sachen halt lesen, ne? Aber nicht. Das ärgert mich grad ein bisschen. So. Was ist der Ort? Nein. Nein. Das ist kein Ort. Lass uns nicht aufhören. Ah. Ah. Wir sollen durch die Tür hier oben. Ich habe das nie entstanden. Ja, äh. Interessante Bilder. Ein realer Mann der Menschen. Das ist das, was er will, dich zu sehen. Genau. Totaler Scheiße. Der Mann des Volkes. Mhm. Okay. Ich denke, das könnte ihr potenziell der Ort sein. Schauen wir uns nochmal um. Ah. Wisst ihr? Ich glaube. Ich glaube, wir haben den Ort. Die Tür. Wird hier oder auf der anderen Seite. los. Das falsche Gerät. Ich weiß. Ich werde einfach schauen. Vielleicht sieht man ja irgendwie, äh, Fingerabdrücke oder sowas. Kann ja ein bisschen Hoffnung haben, ne? Ach, hier unten wird was angezeigt. Unter uns. Ach, hier ist auch eine Tür. Achso, ja gut. Ich dachte, das wäre so eine einzelne Tür. Unten wird uns auf jeden Fall was angezeigt. Das ist vielleicht doch die untere Etage. Einfach mal. Ich glaube, wir sind zu spät. Haben eines mitgenommen? Noch etwas? Nichts. Empte. Just like my account. Get out. Kannst du checken, was sie genommen haben? Du weißt, es ist nicht so, dass ich nicht die Wahl diese Woche verbrechen habe. Also ich werde es sehen. Warte. James. Es geht nicht um die Sicherheit. Du hast gerade gesagt, das komplette Gegenteil. Ich habe meine Meinung geändert. Sie haben alles rausgenommen. Was willst du uns machen? Ex-Ray es? Great idea. Oh, warum habe ich nichts gesagt? Ha, 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 ha. Wollen wir doch mal mit den Rundkinggeräten einfach ran, ne? Ja Mensch. Siehst du? Die Kabel führen irgendwoher. Die gehen halt hoch. Wo gehen die hin? Also wir haben hier etwas, aber das scannt nicht. Okay, dann müssen wir erstmal weitersuchen. Schauen wir mal, wo es weitergeht. Es geht hier unten lang. Oh, der kleine Kiwi. Wir haben eine Menge Kabel, ne? Irgendwo hinführen, merke ich gerade. Ah, Mensch. Hab ich den nie gefunden. Ach, ist nach meiner Meinung. Hm. Nimm den Safe einfach mal raus, wie es sonst sieht. Oh. 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 Oh, das war meine Idee. Ähm. Ähm. Okay. Das... ...ist definitiv, äh... Kann man mal übersehen, ne? Kann man mal übersehen, ne? Kann man mal übersehen, schon? Interessant, ja. es ist abgeschirmt wir kommen wir nicht mehr raus also müssen wir hier rein es ist ein private dungeon das ist das hinterzimmer hier wurde nicht so gut für ihn okay haben wir jetzt tatsächlich einen politisch engagierten menschen der nicht korrupt ist und nicht negativ in der öffentlichkeit steht nein kommen wir mal wo du herkommst mein freund haben wir mal mit unserem modernen fahrstuhl runter dieser fahrstuhl ist nicht schön nein habe ich schon gesagt weil ich fahrstühle hasse ich glaube wir haben ein problem es geht es nicht so gut ja okay der fremde ist wieder da du bist da unbekannt natürlich kommen wir wieder zu spät zur party wie selten noch ne ah leider ist der wohl leer schade ich dachte wir können von james und scotch besorgen hmmm hmmm interessant er ist echt so ein kleiner film junkie auch ne okay wir haben eine senatorin es ist halt aber korruption ist halt einfach nur dezent vorhanden hier na schauen wir wer noch hier alles da war auf jeden fall haben die auch masken gehabt mhm jetzt nur die frage warum normales personal gibt es auch nicht weil alles läuft mit einem roboter hier wie ich grad sehe haben wir hier haben wir noch hier so ein ah und dann flügel im design der karte die wir vorhin reingesteckt haben ah ist interessant wie unterdrückt man die massen strategie drei wichtige sollen patricia eine regierungskritische senatorin die das vertrauen der massen gewinnt und ihre aufmerksamkeit vom gesetz ablenkt wozu chris der gouverneur der die erhöhten sicherheitsmaßnahmen ankündigterrorismus kai dies ablenkungsmanöver mit assistenzreden alle drei morgen informieren okay mhm sehr interessant okay hier gab es auch viel von mord oder morde mehrzahl hier ob wir es nicht haben wir uns doch mal hier oben ne ah wen haben wir denn hier ja die haben wahrscheinlich die masken getragen und teilweise nicht erkannt zu werden aber dann würden die machen wir aber weiter würden die damensschüler keinen sinn ergeben na okay machen wir erstmal foto nummer eins kristen warum trägt er keine hose total egal er ist gar nicht aufgefallen nachdem er das gesagt hat dann haben wir hier wahrscheinlich die gouverneurin und da nicht wir hatten einige interessante interviewer und meine team gewinnt dann wurde sie in politik und wurde die gesamte der ganzen paper und sie hat ihre letzte schlagzeile ob wir sie aber haben wir noch jemanden von interesse hier ach guck mal ja glück kam lässt er sich gleich eben ja zack 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 jetzt muss man herausfinden oh woher ist der killer oh da wird mit drauf geschossen chemische analyse oder mini sprengstoff kann natürlich auch sein ne emperor screens like that god there's no movie studio that doesn't kiss his ring or maybe a little lower he influences more people than you think what is this everybody lies they learn to live a lie hmmm 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 ok what happened here where's the damn killer how do they die losing your nerve never mind he was standing here before the chandelier fell in his head weiss ich nicht dario das heißt ich habe mir die namen auf der liste nicht gemerken können ok er schießt irgendwo hin aber warum schießt er da hin warum trägt er dabei kein oberteil was ist hier los gewesen hm hm das ist ja die Frage warum hat ähm ein politiker eine geladene waffe dabei eine sehr interessante frage wohin hat der schütze gezielt das ist eine gute frage aber wenn ihr wahrscheinlich seinen schussmann denke ich mal ja auf jeden fall den namen jetzt wissen wir vielleicht auch wer der mörder ist wenn wir glück haben die piano wird geschossen wir müssen aber hier und was das wird die scherben erklären die auf dem boden eigentlich die rippen interne organe beschädigt aber wovon wie ist blagio witt gestorben das möchten wir herausfinden wisst ihr ja diese fremde stimme werfen einfach mal die diese raum bin mir nicht sicher ob die stimme wirklich existiert ich meine klar wir hören halt so funk mäßig das na aber ich habe irgendwie das gefühl dass er sich das auch einbilden könnte muss ich halt gestehen es ist noch mehr blut so nach da oben dann eine tote herausfinden warum sagt mir wieder jetzt zurückgehen ach guck mal was damit denn hier schön ist blagio witsch wir haben uns im konzil beraten und freuen uns ihren wunsch nachkommen nachkommen und in den club einladen zu können im datum wozu werden die diskret per kurier mitgeteilt sollten sie eine andere hülle kommen in eine andere hülle kommen bringen sie bitte eine einladung mit wir freuen uns sie schon bald bei uns begrüßen zu dürfen aha also sie können ihre hüllen einfach so random for free hat wechseln schuhabdruck anhaltspunkt vielleicht war ich mich erschrocken macht doch nicht jedes mal diesen und komme in mein gesicht hilfe ich wollte gerade sagen wir werden angegriffen wie ist blagowitsch gestorben er ist weggerannt und von hinten wurde er angeschlossen im prinzip würde es theoretisch bedeuten dass er das war aber von der flugbahn her ergibt es keinen sinn muss ich jetzt sagen mal warte richtig okay macht immer noch keinen sinn der schuss also dass er da irgendwie mit drin steckt mhm hier war blagowitsch wissen wir ja schon ach er hat ein zerbrochenes glas in der hand das bedeutet er ist potenziell auf der potenziell damit auf den mörder zugelaufen wo ist ein grund oder wo die zerschossen die frage gerade lesen champagner die stärke unseres getränks liegt in unserer liebe dafür wir konzentrieren uns auf das erbe unserer familie und so bestrebt die besten erlebnisse und erinnerungen aus dieser zeit zu bieten mit der wahl unseres champagners können sie sicher sein dass sie in guten händen sind und ihr abend einzigartig wird heute Abend wurde einzigartig würde ich sagen na schauen wir mal ob die glas scherben uns irgendwie helfen das war wahrscheinlich die hier nach hinten sein oder auch nicht wo sind die glas splitter eigentlich sind die doch hier ach so wir müssen die zeit benutzen ja gut hier sind die glas scherben alkohol galt 9% chemische analyse ok er sitzt jetzt hier entspannt und er sitzt da bieten entspannt das ist halt die frage die wir uns alle grad stellen das ist halt die glas das ist halt die glas das ist halt die glas ah ok der schütze der kommt auf jeden fall von hier hinten und die haben versucht sich zu verteidigen dann lag er da plötzlich dann lag er da plötzlich ein bisschen komisch finde ich wir haben hier den schuss der durch geht sie haben auf jeden fall wählen anhaltspunkt wir müssen aber einmal hier runter gehen hm ach guck mal da ist er doch unser später aber ich denke analysieren wir mal eine runde na und finden heraus wer unser täter ist oh 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 ja 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 all right mach ich mal ganz kurz pause also ich geh mal ganz schnell auf die letzte ich trinke die ganze zeit super viel chat i'm sorry ähm warum hat er plötzlich interesse an zera und warum reagiert er so komisch denk mal drüber nach und es geht mal zurück ich halte mich mal drüber nach ich halte mich jetzt einfach mal drüber nach wie ich will aber dann ja ich halte mich mal drüber nach Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber... Musste halt. Wenn man muss, muss man halt eben, ne? Ich gehe davon aus, dass das Glas, was hier die ganze Zeit so ist, dass da irgendwie eine Scheibe dazwischen war, Chat. Und das drauf geschossen wurde. Hallo, schnapp sie. So meine Vermutung im Moment, muss ich sagen. Ich hoffe, dass wir Strom haben, wenn wir es machen. Ähm... Ja. Ja. Wow, ist die Decke schön. Super schön. Super Decke. Ja. Wow. Fuck. Ah. Gucken wir mal hier hin. Hier geht's weiter. Ich meine, es ist ein Spiel. Eigentlich sollte es keine Probleme mit Twitch geben, aber ich bin einfach mal vorsichtig, ne? Super toll. Ach, guck mal, Chat. Wir werden mal was analysieren. Ja, es erklärt einiges, warum die alle nix anhaben. Äh. Eigentlich will ich ungern Fotos machen, ne? Bin ich halt ehrlich. Ich will gar nicht so genau mich umschauen. Okay. Also wir haben das Gesicht, wir haben die Wunder. Kann ich denn noch Fotos machen? Ihr Freund, irgendwie nicht. Okay, okay. Es muss wahrscheinlich irgendwas bei ihr hier sein. Ich werde eigentlich nicht so genau ranzoomen. Ach, hier. Ah. Du weißt, schreck. Ich weiß nicht, ob ich von dem Freund so genau Fotos mache. Ich will mich auch gar nicht... Ich will mich gar nicht so genau umschauen hier gerade. Ist ja... Aber... Eingraviert leid. Aber was ich halt interessant finde... Was ist das? Ja, das ist halt das, was wir die ganze Zeit sehen, ne? Wenn wir diese komischen Trip halt fahren. Also hat das mit den Hirn ein Thema was zu tun, potenziell. Also er denkt es halt nicht, aber der andere, der behauptet es ja eigentlich schon so indirekt, ne? So. Oder ist es irgendjemand, den man kennt in einem anderen Körper, der Bock drauf hat oder so? Ich bin so nervös von diesen Spielern. Was ist dein Punkt? Ich will dir helfen. Natürlich, weil du so ein Wunderschön bist, nicht wahr? Honigris? You stood on the right side. I thought you might be worth the risk. How fucking kind of you. Drake Star. I thought he was using a different body. The actor and the senator's husband. They've always been inseparable. He looks like a victim. But I wouldn't go all in on that. Ja, das ist halt das, was ich gerade angedeutet habe. Das ist das, was ich gerade angedeutet habe, Leute. Absichtlich. Woraus hat der Schütze gefeiert? Ja, das finden wir doch heraus, würde ich sagen. Gucken wir doch mal. Gucken wir doch mal. Also. Hier ist es reingeschossen worden. Also bedeutet, der Schütze war irgendwo hier hinten. Was ist denn mit den Typen? Wo kommt dieser Sarah-Fokus her? Also, klar, er hat es gehört, aber so plötzlich so. Hab ein bisschen so eine Befürchtung, was passieren könnte. Gucken wir mal ein bisschen. Dann, äh, vor. Dann, äh, zurück. Letztlich erscheint der, äh, Schütze. Und um die Ecke. Aber wo kommt der auf einmal? Hat er jeden Tag gewartet? Er solltet sich doch für den Kick halt, äh, umbringen lassen. UV-Lampe. Gucken wir mal. Aber was soll die UV-Lampe uns noch bringen, um ehrlich zu sein? Dann, äh, um die Senatoren, äh, ich geh mal davon aus, die wird halt auch erschossen. Von der, von der anderen Person halt eben. Also, es wird jetzt naheliegend sein, ne? Ja, ich, ich, ich spule mal so zuvor, okay? Okay, er hat jetzt Schild benutzt, sorry, YouTube, dass ich euch das nicht zeige, aber just in case. Okay, dann liegt sie da. Aber jetzt können wir wieder hinschauen. Dann ist sie nach vorne gekrochen, oder halt, äh, sie hat versucht zu entkommen. Und dann ist irgendwas passiert hier. Oh, hier ist ein Messer, chat. Was ist hier los? Ein Ritual. Eih, was, was, was machen die denn hier? Wie geht das Ganze hier weiter? Ah, sie hat versucht. Ah, sie hat versucht, den Schützen, äh, den Schützen auszuschalten, wie es aussieht. Aber da wurde sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht getroffen. Stimmt, sie ist noch nicht verletzt, tatsächlich. Ich dachte halt eigentlich, sie, äh, lag am Boden, weil sie halt schon verletzt war. Interessant. Drake hat Type O, negative Blut. This is a different type. She surprised you? Er hat sie überrascht. Und dadurch, dass sie ihn überrascht hat. Der Täter. Das war ein guter Reflex, weil er ist den ganzen Tag mit dem Rücken zu ihr. Er hat sie von hinten erschossen, wie es aussieht, ne? Also sieht es zumindest jetzt gerade so aus. Viel Blei und verbrannter Haut. Ich glaube, jetzt ist es stärker, ja. Trotzdem, reden wir immer hier weiter. Also sie haben auf jeden Fall einen langen Kampf hinter sich gehabt, ne? Ach, er ist das. Ach, Mensch. Dieser, der Fremde ist, äh, wir spielen ein bisschen mit dem Feuer gerade, weil, ich weiß nicht. Da baut sich wohl doch nicht so eine Freundschaft auf, wie, äh, anfangs vermutet. Schade. Ich dachte, wir wären Freunde, so richtig big friends. Hm. Hm. Huch. Okay. Äh. Hallo. Oh nein. Ah. Ich dachte, ich dachte, ich dachte, ich hab' den Back. Ich hab' den Back. Neun Millimeter und Empty, also ein ganzes Magazin wurde zerverschossen. Hm. Ah, wie ist der entkommen, frage ich mich gerade ein bisschen. War ja schon ein sehr wildes Feuergefecht, auf jeden Fall, na? Er hockt da, er ist in der Falle, er ist in der Falle. Hm. Die Frage, finden wir seine Intensität noch heraus? Die Sache ist, die ich mich gerade frage, werden wir seine Intensität herausfinden? Aber, äh. Respekt, wo es geht. Also, ein sehr guter Schuss. Du hast es geschafft. Aber ich würde gerne sehen, deine Gesichter nach dem. Deine Gesichter. In der Rache. In der Blut und Drohung, in der Wälde. In der Angst. Ich glaube, es war etwas anders als du, als du hierher kamst. Wo ist Gewahrtkrieg in den Kontrollraum versteckt? Warte mal. Ich schütte mir mal was zu trinken an. Wir wissen ja, das ist ja im Moment eine super Idee, dass ich das tue. Weil ich so selten auf Toilette muss. Nein, das ist halt schon wichtig. Denk dran, dass es auch hier genug trinkt. Und esst besonders. Vergiss das Essen. Man merkt nebenbei, haben wir Rande erwähnt, dass wir Ende August langsam haben. Wird halt schneller dunkel und so, ne? Ich mein, in knappen Monaten, ein paar Tagen, ist auch schon wieder Herbstanfang. Krass ey. Ja, ist schon fast vorbei. Wo hat Green den Kontrollraum versteckt? Ja. Die Frage. Kontrollraum versteckt. War ich irgendwo hier hinten, oder? Hier kommen wir gar nicht lang. Doch, kommen wir. Vielleicht auch Roboterarm. Wo ist der Kontrollraum vielleicht drinnen? Natürlich müssen wir in der Nähe einer dieser Simulationen hingehen. Super auch. Hier geht das Stromnetz lang. Hier geht ein Kabel lang. Hier geht ein Kabel lang. Geht wieder hier hin. Also hier ist es nicht. Frage ist, wie ich mich stelle. Ist das eine Sackgasse hier gerade? Kann das sein? Ach. Guck mal an. Hier? Let's see, where you take me. Sehen, wo du mich hinführst. Ja, ist doch die Frage, wo es uns hinführt gerade, ne? Geht uns hier hin? Noch eine Sackgasse. Wahrscheinlich ist irgendwo hier noch so ein Ding. Und dann geheimer Eingang, würde ich sagen. Oder auch nicht. Ach, Mensch. Was ist denn da versteckt? Nutzen wir doch einfach mal die Statue, ne? Was macht er denn jetzt? Was ist jetzt los? Ich glaube, das ist ja trotzdem irgendwas nicht stimmt. Und dass das nicht nur ein Synchronisationsfehler ist von ihm. Irgendwas ist merkwürdig. So, Mount Olympus comes with a pocket Hades. A frozen hell where people pay the price for the gods' eternal hangover. Barommermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermer Vielen Dank.